Willkommen bei MyCoach! Vielleicht willst du bald in der Lufthansa Economy im A350 reisen und fragst dich, was dich am Platz erwartet. Sehe dir mein kurzes Video dazu an und du siehst genau den Sitz, den Abstand und den Monitor. Falls du auch sehen magst, was dich sonst so auf einem Langstreckenflug in der Lufthansa oder Singapore Airlines Economy erwartet, dann sehe dir auch meine anderen Videos dazu an. Viel Spaß und auf geht's! Du findest elegante blaue Stoffsitze vor, ein größeres Kissen und eine dünne aber flauschige Deckel. Der Sitz ist auf die Dauer leider etwas hart. Schauen wir mal, wie der Pitch ist. Der Pitch ist auch ganz okay. Es geht eigentlich relativ weit zurück und die Kopfstützen lassen Lufthansa bestuhlt den A350 in der Economy-Klasse leider ziemlich eng. Ganze 79 cm bleiben da als Sitzabstand übrig. Auf die Dauer ist das ziemlich eng. Besser sitzt man in der Reihe 16, Reihe 27 oder auf den Plätzen 18C und H. Wenn du größer sein solltest, dann lohnt sich unter Umständen der Aufpreis für Besitze in diesen Reihen. Der Monitor ist etwa so groß wie ein Tablet und ist berührungsempfindlich und ziemlich hochauflösend. Lufthansa bietet auch eine Economy-Klasse, ein umfangreiches Entertainment-Programm. Jede Menge Spielfilme, Serien, aber auch gute Musik. Natürlich kann man auch den Flug mitverfolgen. Unterhalb des Bildschirms ist eine USB-Schnittstelle, an der du deine Geräte aufladen kannst. Falls du auch mal bequemer, aber dennoch günstig in der Business- oder in der First Class fliegen willst, dann besuche doch meine Webseite www.meilencoach.de und lass dich wie andere Reisende individuell vom Meilencoach beraten. Wenn dir meine Videos gefallen und du mich unterstützen willst, dann abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Ganz vielen Dank und bis bald beim Meilencoach.